Ghanasana ist wörtlich die kompakte Stellung, ist letztlich die aufgerichtete entspannte Stehhaltung. Judith bei Yoga Vidya Bad Meinberg zeigt, wie es geht. Die Füße halte etwa fünf bis zehn Zentimeter weit auseinander, aber genau parallel. Dann lasse die Arme locker hinunter hängen. Hauptgewicht ist auf den Fersen, aber auch die Fußinnenballen haben etwas Gewicht. Lass die Arme ganz locker hinunter hängen, Schulterblätter nach hinten, Brustkorb nach vorne, lächle, Nacken ist lang und atme ruhig und gleichmäßig ein und aus. In dieser Stellung kannst du innere Ruhe finden und Ghanasana ist auch die Ausgangstellung für eine ganze Reihe von Stehpositionen.